Die Macht Im Star Wars Universum kann sie Dinge durch reine Willenskraft bewegen. Um die neuen Lego Star Wars Sets zum Launch des letzten Star Wars Films zu promoten, nutzten auch wir die Macht. Wir gaben Kinobesuchern zum ersten Mal die Chance, die Macht am eigenen Leib zu spüren. Build with the Force Wie im TV-Spot konnten die Fans die Macht in sich entdecken und in einer Battle gegeneinander antreten. Das Ziel? Das eigene Raumschiff möglichst schnell wieder zusammensetzen und so den anderen besiegen. Wir entwickelten die Force AI. Einen Machine Learning Algorithmus, der zum ersten Mal mehrere Faktoren mittels Bilderkennung misst und kombiniert. Gestensteuerung Muskelanspannung Gesichtserkennung zur Messung der Konzentration Und sogar Pulsmessung Erkennbar über die Farbveränderungen der Haut Mit 15 Messungen pro Sekunde generiert der Algorithmus den eigenen Machtwert. Je höher der Wert, desto schneller setzt sich das Schiff zusammen. Der Spieler mit mehr Macht gewinnt. Und die Macht war mit uns. May the Force build with you Gesichtserkennung